Hallo, hier ist wieder die Christine und wie ihr seht, bin ich jetzt in meinem Atelier angekommen. Die große Reise hat mich sehr inspiriert und die letzte Etappe war das Schwarze Meer bei Constanza. Und da habe ich einige Filme aufgenommen, einige Videos, das werde ich euch dann auch zeigen. Und es hat mich sehr inspiriert und ich bin gerade an einem Bild dran, was ich jetzt hier umsetze. Ich möchte euch ein bisschen hier davon zeigen, ich hoffe ihr könnt es sehen, das ist ein Wasserfall. Und die Wasserspiegelung und die Felsen, was ich in Transalbina sehr oft gesehen habe. Die klaren Bäche, die wilden Wälder und die Schäfer, also es ist alles noch ursprünglich. Und das hat mich sehr erfreut und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Traut euch einfach mal nach Rumänien zu fahren. Schaut euch das selber an, weil dieses Land, gerade die Transalbina, die Wälder sind noch ursprünglich. Da gibt es noch Bären, Wölfe, was man sonst nie sieht. Und das ist einfach traumhaft. Diese Menschen sind noch glücklich. Auch wenn sie nicht viel haben. Die Mystik des Bildes ist eigentlich jetzt soweit fertig. Und ich hoffe, es kommt auch so rüber. Bis demnächst. Eure Christine. Vielen Dank. Vielen Dank.